Servus! Hallo Fans, mein Name ist Nusair Masraoui. Ich bin 24 Jahre alt. Das ist für mich der größte Klub in Europa. Sie spielen immer die Champions League. Ich möchte große Titel gewinnen. Nicht nur die Titel der Konferenz, sondern auch die Champions League. Das ist ein großer Grund, warum ich hierher komme. Ja, Nusair hat sich für uns entschieden. Er ist der erste Neuzugang dieses Jahr für den FC Bayern. Das ist ein sehr gutes Zeichen für uns, dass sich ein Spieler wie er für uns entschieden hat. Es ist eine wirklich große Stadt. Wenn man sich von woher komme. Der Klub zeigt in allem die Professionalität und ein Level, das ich noch nicht weiß. Er wird uns auf der rechten Seite verstärken. Er beherrscht ganz gut das Druck machen auf der rechten Seite. Er hat eine sehr gute Flanke. Ich bin sicher, dass er sich durchsetzen wird und uns verstärken wird. Ja, die Leute, die ich kennengelernt habe und mit Marco Hassan gesprochen habe, sind wirklich heiße Leute. Gute Leute, schöne Leute. Ich hatte einfach nach dem ersten Gespräch mit ihm ein unglaubliches Gefühl. Er ist ein sehr cooler Typ. Er hat eine super Mentalität. Er freut sich sehr auf den FC Bayern. Und ich mag das wirklich, wenn ein Spieler so für den FC Bayern brennt. Das zeigt, dass wir mit ihm einen richtigen Plan gehabt haben. Dass wir ihn überzeugt haben. Wir sind sehr glücklich, dass er bei uns ist. Die Sportage angeht. Die Sportage angeht der Vergangenheit. Musik Man kann die Einheit schnauert und der Gewöhrer extert werden.